Hey, Johannes hier von newgadgets.de und das Huawei P20 bzw. P20 Pro bietet wie auch das Apple iPhone X nun ein Display mit Notch an und deshalb werden wir diese beiden Smartphones jetzt mal miteinander vergleichen. Von der Optik und Haptik sind beide Smartphones hochwertig verbaut und liegen sehr angenehm in der Hand. Das Huawei ist leichter als das iPhone X, was wahrscheinlich an dem Edelstahlrahmen des iPhone X liegt, denn Huawei verbaut hier einen Aluminiumrahmen. Huawei traut sich hier aber auf jeden Fall mehr und bietet farbenfrohere Varianten an, was mir sehr gut gefällt. Vor allem die Variante mit diesem coolen Farbverlauf gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube nicht, dass Apple so eine Farbvariante jemals auf den Markt bringen würde. Da das iPhone X und das P20 Pro über ein OLED-Display verfügen, sind auch bei beiden Modellen die Farben sehr satt und es sieht einfach nur gut aus. Wie man auf den ersten Blick sehen kann, ist der Notch beim P20 kleiner. Dadurch bietet es links und rechts mehr Platz für Notifications und andere Icons, was ich sehr gut finde. Huawei bietet dem Nutzer die Möglichkeit, den Notch auszublenden. Dafür werden einfach die beiden Bereiche links und rechts neben dem Notch schwarz eingefärbt. Für alle, die sich am Notch stören, ist das hier eine sehr nützliche Funktion, denn so ist er einfach weg. Solche eine Funktion würde ich mir beim iPhone X übrigens auch wünschen. Das iPhone X bietet auf der Rückseite eine Dual-Camera mit Zoom-Funktion an. Das P20 hat ebenfalls eine Dual-Camera, hier allerdings ohne Zoom-Funktion. Stattdessen bietet der Monochrom-Sensor von Leica hier die Möglichkeit, sehr schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu machen. Das Huawei P20 Pro hingegen bietet gleich drei Kameras auf der Rückseite, hier dann auch mit Zoom-Funktion und zwar einem Dreifach-Zoom. Da hier auch noch ein 40-Megapixel-Sensor verbaut ist, bietet Huawei hier aber auch noch einen Fünffach-Hybrid-Zoom an. Auch habt ihr beim P20 Pro die Möglichkeit, Zeitlupen-Aufnahmen mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde zu machen. Beim iPhone X ist bei 240 Bildern pro Sekunde Schluss. Mit einer UVP von 649 Euro beim P20 bzw. 899 Euro beim P20 Pro ist die P20-Reihe auch deutlich günstiger als das iPhone X. Das mit einer UVP von 1149 Euro doch schon ganz schön weit oben angesiedelt ist. Hierbei handelt es sich ja dann auch nur um die 64-Gigabyte-Variante und beim P20 haben wir 128 Gigabyte. Man merkt, dass die Luft für das iPhone X dünner wird und die Konkurrenz nicht schläft. Das Huawei P20 kann es durch eine hochwertige Verarbeitung, leistungsfähige Hardware und eine gute Kamera durchaus mit dem iPhone X aufnehmen und das zu einem deutlich niedrigeren Preis. Und das war mein Vergleich hier mit dem Huawei P20 bzw. P20 Pro gegen das iPhone X. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut sie einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Natürlich könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, welches der beiden Smartphones euch besser gefällt. Wie gesagt, ich finde ja allein schon die Funktion cool, dass man beim Huawei P20 den Notch einfach ausblenden kann. Und falls ihr Interesse am Huawei P20 oder in dem iPhone X habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.